Meine lieben Hörer, diese kleine Weihnachtsgeschichte haben wir für Sie gesucht und gefunden. Sie macht unsere Philosophie deutlich. Es ist die Geschichte von den vier Kerzen. Vier Kerzen brannten am Adventskranz und draußen war es ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht gibt Sicherheit, doch die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben, aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Es hat keinen Sinn, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen, denn die Menschen sind Egoisten geworden. Sie sehen nur noch sich selbst und sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit dem letzten Auflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Verwundert schaute es die Kerzen an und sagte, aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, hab keine Angst, denn solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte Frieden, Glauben und die Liebe wiederzuleben. Sie erkennen, aus Hoffnung nur lebt jedes Menschenherz. Wer nicht an morgen glaubt, ist heute schon verloren.